hallo herzlich willkommen zu dem neuen video ich beschäftige mich ja immer wieder mit problemen warum ich beschäftige mich mit deinem problem aber auch sehr gerne mit meinen problemen jetzt wurde an mich die frage herangetragen kannst du nicht mal noch genauer erklären wie sich mein also dein problem lösen lässt ja und ich kann hier quasi immer nur an meinem beispiel in anführungsstrichen vortouren wie es laufen könnte ich kann aber nicht dein ergebnis produzieren insofern kommt an dieser stelle der ganz wichtige hinweis wenn du nach allem was du bei mir gesehen hast zum beispiel mit der hand aufs herz methode schon gearbeitet hast und selber denkst ja so wie sie das macht fühlt sich das ganz einfach an aber bei mir komme ich irgendwie nicht vorwärts dann ist es eventuell zeit für ein direktes coaching und dann kannst du mich direkt kontaktieren einen termin vereinbaren und dann können wir sehen was da geht und wie das geht mehr kann ich über dieses material über diesen kanal nicht rüber bringen denn letztlich wenn ich das so vor mache dann siehst du auch immer mein herz antwortet wenn ich mit dir in diesen prozess gehe dann würde dein herz antworten dein herz aber antwortet aber anders als mein herz insofern kann ich nicht hier selbst wenn ich dein problem kenne und du mir geschrieben hast immer ich habe das und das problem wie ist die lösung ich kann die lösung für dich zwar mit dir erarbeiten aber am ende erarbeitest du die lösung und es funktioniert nur dann wenn wir beide in diesem prozess ja so gut wie möglich zusammenarbeiten ich natürlich die wichtigen fragen stelle und dich quasi in diesen prozess einweihe so dass du danach sehr wahrscheinlich viel mehr leichtigkeit spürst um mit diesen vorgestellten techniken umzugehen eine dieser techniken ist hand aufs herz die andere technik ist natürlich auch die klopf methode dann gibt es noch viele viele verschiedene kleine hilfsmöglichkeiten kleine ja zusätzliche techniken die ich zum teil vorgestellt habe zum teil auch nicht ja und alles zusammen das ergibt sich eben dann jeweils in diesem prozess kann dazu führen dass du die lösung für ein problem erkennst und dieses problem dann auch entsprechend loslassen kannst in diesem loslassen liegt so viel gesundheitspotenzial das kannst du dir vielleicht heute so gar nicht vorstellen es ist aber dennoch so und das ist eigentlich auch die gnade die in all diesem tun liegt dass man an seiner gesundheit so viel justieren kann es geht eben in diesem moment darum gewusst wo und gewusst wie und dazu gehört eben auch dann die entsprechenden richtigen fragen zu stellen das pmp womöglich raus zu bekommen das von mir nachgucken zu lassen also das sind alles so möglichkeiten die du dann hast aber die hast du halt nicht wenn du nur sag ich mal diese videos guckst also das nochmal ein hinweis in eigener aber auch in deiner sache wie du weiterkommen kannst und wie du zu einer lösung kommen kannst und zu einem einfacheren umgehen mit dem was ich hier nach und nach ausgebreitet habe also sollte es für dich relevant sein dann komm gerne auf mich zu und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne zeit bis zum nächsten mal alles liebe ciao ciao